Ein wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, ich bin Christoph Goldoroy, ich bin Trainer beim Training zu Hause. Heute ist der zweite Teil unserer Eingewöhnungsphase, die wir mal vor einigen Tagen jetzt begonnen haben. Ja, wir werden jetzt mal einige Übungen heute wiederholen, die etwas ähnlicher aussehen werden. Nach wie vor, wir versuchen jetzt mal den Körper zu mobilisieren. Also sind keine großartigen Kraftübungen dabei. Erstmal wollen wir in Schuss kommen und zum späteren Zeitpunkt werden wir uns natürlich auch steigern. Heute, wie Sie sehen, ich mit Franz stehe mal zuerst jetzt mal am Stuhl und die Übungen werden heute abwechselnd gemacht. Das heißt, diejenigen, die jetzt mal nicht leider lange stehen können, die bleiben sitzen und die wieder mal, die sich mal festhalten oder auch ohne jetzt mal stehen bleiben können und sich bewegen können, die versuchen das jetzt mal auf diese Weise. Bitte aber überschätzen Sie sich nicht, wenn es nämlich noch nicht so gut geht, dann lieber bleiben Sie noch bei der zweiten Phase jetzt mal im Sitzen oder unbedingt mit festhalten am Stuhl. Das gibt Ihnen eine Sicherheit. Ja, wir wollen nämlich keine Stürze erleben. Ich möchte nicht, dass keiner von Ihnen jetzt mal zu Schaden kommt. Wir beginnen jetzt mal mit einer Mobilisierung der Beine, wie beim ersten Mal. Diesmal, wie gesagt, entweder mit festhalten oder ohne oder im Sitzen und rollen die Füße ab. Ja, bewegen Sie wieder mal von der Hacke auf die Spitze. Versuchen jetzt mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, wenn es Ihnen gelingt, jetzt mal den Bauchnabel etwas einzuziehen, dann versuchen Sie das zu machen. Genau, man kann das, wie gesagt, ohne festhalten, aber mit Spannung des Oberkörpers. Das ist ganz wichtig. Ja, da habe ich gewisse Sicherheit, dass ich auch gut stehen kann. Genau, mobilisieren. Immer noch die Beine hoch und runter. Ja, das verbessert wieder mal den Blutdruck und natürlich auch mal, man ist sofort wieder da. Sehr schön. Ruhiges Atmen ist angesagt, wie immer. Genau, die Arme hängen lassen, ganz locker. Gut, dann bleiben wir stehen und heute wieder mal die Arme pendeln, aber diesmal abwechseln. Und das ist schon ein bisschen schwieriger. Der rechte Arm, der linke Arm im Wechsel und auch nicht zu hoch, nur locker vor sich hin und dann nach hinten zurück. Genau. Wir versuchen auch mal ruhig stehen zu bleiben bzw. sitzen, dass nur die Arme sich bewegen und der Rest des Körpers ist mal ruhig. Genau. Und bewegen die Arme vor und zurück, vor und zurück. Ganz easy, also nicht schwer. Ja, das Schwere kommt nämlich jetzt, weil wir versuchen, natürlich, aber die nur noch, das können im Stehen, wenn es nicht, dann bitte im Sitzen, jetzt mal auch die Füße abzurollen. Und das haben wir wieder mit Koordination zu tun. Eine schwere Sache, auch für Menschen, die fit sind. Ja, Arme pendeln lassen, um gleichzeitig die Füße abzurollen. Also wenn sie das schon schaffen, dann haben sie schon sehr, sehr viel erreicht. Ja. Genau. Immer weiter. 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 Noch zwei. Noch zwei. Und noch eins. Okay. Dann setzen wir uns jetzt mal wieder, Franz. Genau. Auf den Stuhl. So. Atmen jetzt mal tief aus. Ja. Genau. Pusten die Luft aus. Genau. Nicht zu viel. Ja. Genau. Legen jetzt mal wieder mal die Hände auf die Oberschenkel. Und jetzt mal wird der Rücken mobilisiert, indem wir jetzt mal den leicht abrunden. Und zwar, wir schieben die Hände jetzt mal Richtung Schienbein. Genau. Und dann wieder zurück, bis wir komplett uns wieder aufgerichtet haben. Achten Sie mal da drauf, dass Sie sogar die Hände etwas zurücknehmen. Ja. Dann sofort hat man eine schöne, aufrechte Haltung. Und dann wieder. Runden den Rücken leicht ab. Genau. Der Kopf darf ja mitgehen. Und dann wieder zurück. Ja. Ganz ruhig. Nochmal leicht nach unten. Und dann wieder hoch. Kopf ganz zum Schluss. Richten wir auf. Ja. Wir wollen jetzt mal nicht zu schnell die Bewegung durchführen. Noch zweimal. Wieder richten wir uns auf. Genau. Und noch einmal. Nach unten. Und dann wieder hoch. Und dann bleiben die Hände jetzt mal auf den Oberschenkel. Und vom vergangenen Mal wissen Sie noch mal die Beckenverlagerung. Ja. Wir wollen jetzt mal nämlich auch wieder aktivieren. Deswegen wippen wir wieder von rechts nach links. Und ja. Diesmal achten wir noch dran. Bewusst da jetzt mal drauf. Wie wird man das Gesetz anheben? Gelingt uns das schon mal? Wenn es nicht der Fall ist, ist es nicht schlimm. Wir versuchen aber immer weiter. Ja. Wir bleiben konsequent. Ja. Wir geben nicht auf. Auch wenn es nur kleine Bewegung ist. Also ich weiß aus Erfahrung, dass es am Anfang manchmal gar nicht geht. Und dann nach gewisser Zeit sind wunderbare Ergebnisse. Und das ist das Gute. Da kann man sich mal auf die Schulter sogar klopfen. Das tun wir auch. Gut. So. Im Sitzen jetzt mal. Die drei im Sitzen. Die Damen vielleicht können aufstehen jetzt ja. Ja. Neben dem Stuhl. Genau. Wir halten uns dann wieder fest. Jetzt mal am Stuhl. Und versuchen jetzt mal im Wechsel die Beine leicht anzuheben. Ja. Diesmal leicht. Genau. Wir machen das im Sitzen. Die Damen machen das im Stehen. Und wie gesagt. Wer sich traut jetzt mal mit Festhalten am Stuhl oder am Sessel. Dann tut das mal bitte mal auch im Stehen. Leicht nur. Nur leicht. Ja. Jetzt schon mal eine. Ja. Sind wir eine Stufe weiter. Genau. Einmal rechts. Einmal links. Einmal rechts. Einmal links. Genau. Einmal rechts. Einmal links. Und einmal rechts. Und einmal links. Gut. Dann dürfen wir uns mal wieder setzen. Und jetzt lassen wir die Arme hängen. Wir dürfen natürlich die Schultern nicht vergessen. Beide Schultern sind wichtig. Das wissen wir auch ganz genau. Wie oft haben wir Probleme damit. Die müssen aktiviert werden. Deswegen tun wir das jetzt. Und zwar. Und zwar. Wir haben beim letzten Mal abwechselnd die Schultern nach oben bewegt. Jetzt machen wir das zusammen. Und beide Schultern hoch. Beide wieder runter. Aber langsam auch nach unten. Nicht fallen lassen. Und wieder nach unten. Wir können das mal mit der Atmung verbinden. Genau. Wenn wir einatmen. Dann ziehen wir die Schultern hoch. Atmen wir aus. Gehen die Schultern nach unten. Und wieder. Beide Schultern hoch. Beide wieder nach unten. Und beide Schultern hoch. Beide wieder runter. Beide hoch. Beide wieder runter. Beide Schultern hoch. Beide wieder runter. Und nochmal beide Schultern hoch. Und beide zurück. Und das letzte Mal. Beide Schultern hoch. Und beide wieder nach unten. Dann legen wir mal die Hände nochmal. Und lassen wir nochmal das Becken wippen. Ja. Das ist nie zu viel. Man kann das ja auch am Tag mehrmals machen. Besonders alle Menschen, die viel sitzen. Die sollen das mal oft machen. Auch mal das Abrollen der Füße. Wenn sie viel sitzen. Rollen sie die Füße ab. Sie können das mal machen beim Ferngucken. Sie können das jetzt mal am Tisch machen. Sie können das auch im Bus, wenn sie fahren. Gerade mal, wenn sie im Bus vielleicht mal längere Zeit sitzen müssen. Das sollen sie auch mal die Beine aktivieren. Nicht vergessen. Ganz wichtig. Gut. Und jetzt sind wir wieder nach oben angelangt. Und das ist der Kopf. Wir wiederholen jetzt mal die Bewegungen mit dem Kopf. Wir fangen wieder mal mit Kopfdrehen nach rechts. Drehen den Kopf nach rechts. Drehen den Kopf nach links. Und heute mal etwas bewusster. Wir schauen jetzt mal, wie weit wir es schaffen, zur rechten Seite den Kopf zu drehen. Und jetzt merken wir uns das. Und jetzt mal schauen, ob wir links genauso gut den Kopf drehen können. Oder sogar besser. Ja. Und nochmal rechts. Also bei mir ist, glaube ich, die linke Seite ein Tick besser. Ich weiß nicht mal, wie bei euch. Zu Hause auch. Ja. Wir machen das nochmal. Zur rechten Seite. Bitte nicht vergessen. Die Bewegungen des Kopfes führen wir langsam durch. Keine schnelle. Nur langsame Bewegung. Da sind wir auf der sicheren Seite. Nochmal links. Und dann sitzen wir da gerade. Der Kopf ist auch gerade. Wir versuchen den Hals etwas lang zu machen. Wie eine Giraffe. Genau. Und aus dieser Position, jetzt neigen wir den Kopf nach rechts. Genau. Nach rechts. Nach rechts neigen. Und halten. Man merkt auf der linken Seite das Ziehen seitlich am Hals. Und jetzt mal Kopf gerade. Wieder mal lang den Hals ziehen. Und Kopf nach links jetzt neigen. Genau. Und halten. Halten. Und noch einmal. Kopf gerade. Und wieder. Zur rechten Seite neigen. Halten. Sehr gut. Und wieder mal gerade. Noch einmal links. Jawohl. Und wieder gerade. Und jetzt mal die letzte. Diesmal geht das Kinn zur Brust wieder nach unten. Dann geht der Kopf etwas nach oben. Dann noch einmal nach unten. Dann wieder mal etwas hoch. Dann haben wir den Kopf wieder gerade. Dann drehen wir den zur rechten Seite. Und dann das Kinn wieder runter. Auf der rechten Seite. Geht nicht so gut. Und jetzt mal schauen zur Decke. Noch einmal auf der rechten Seite runter. Noch einmal schauen zur Decke. Dann Kopf gerade. Drehen über die Mitte nach links. Dann den Kopf senken wieder ab. Und schauen kurz hoch. Und noch einmal. Kopf senken wieder ab. Schauen kurz nach oben. Und wieder mittig den Kopf halten. Und zurück. Gut. Wichtig. Bewegen Sie den Kopf auch mal. Nicht nur einmal am Tag. Versuchen Sie es mal zwischendurch. Wie die anderen Sachen. So. Jetzt halten wir jetzt mal besonders die Beine. Breit. Das können wir auch mal im Stehen machen. Vielleicht machen wir das wieder im Stehen. Das kann man auch gut machen. Man muss nicht festhalten. Weil das geht ja auch gar nicht. Weil wir machen jetzt folgendes. Wir stehen jetzt mal mit den Füßen Hüftbreit auseinander. Und haben die Arme so wieder mal angewinkelt. Im Sitzen macht man dann die Beine etwas breiter. So ganz bewusst die Fußspitze auch nach außen. Warum nach außen? Wenn die Knie und die Fußspitze nach außen zeigen. Dann steht man auch hier stabil. Das heißt es ist keine Beckendrehung möglich. Und das wollen wir auch mal verhindern. Und jetzt wieder mal den Oberkörper mal nach rechts. Mal nach links. Drehen. Der Kopf bleibt mit dem Blick nach vorne. Ja. Wir versuchen jetzt mal genauso die Bewegung jetzt mal durchzuführen. Und wieder mal zu erkennen, welche Seite besser ist. Ist die rechte besser oder ist die linke? Fällt mir das schwer, das zu bewegen? Oder merke ich schon, dass es ein bisschen leichter geht? Noch bewegen. Nach rechts. Nach links. Nach rechts. Nach links. Nach rechts. Nach links. Noch zweimal. Rechte Seite. Noch einmal die linke Seite. Noch einmal die rechte. Noch einmal die linke. Und dann die Arme nach unten. So. Und jetzt schütteln wir dann den rechten Arm. Leicht aus. Genau. Schütteln wir dann den linken Arm. Ja. Sehr schön. Locker. Jetzt ist es natürlich schwierig. Ich werde das nicht stehen. Deswegen halten wir uns mal fest, Franz. Ja. Und die Damen bleiben sitzen. Und dann schütteln wir jetzt mal das rechte Bein aus. Ganz leicht. Nicht zu fest. Dann auch das linke Bein. Noch einmal rechts. Ganz leicht. Noch einmal links. Das sind jetzt mal Bewegungen, die man normalerweise zum Schluss der Stunde macht. Man lockert. Man kann auch mal zwischendurch, zwischen den Übungen auch lockern. Und wenn Sie nach Bedarf merken, ach, ich brauche eine Lockerung, einfach tun. Oder Sie streichen wieder mal die Hände um die Beine, wie beim ersten Mal. Das können Sie sich mal selber aussuchen und entscheiden. So, wir setzen uns noch mal kurz hin, weil ich habe zum Schluss wieder mal eine Aufgabe für Sie. Und diesmal bräuchte ich mal ein paar Utensilien. Ich lasse es noch wieder Rolle dann. Die Decken brauche ich. Anfein 2. Das ist nur ein Handtuch. Genau. Und eine Rolle. So, jetzt ist wieder Zeit für unsere Hausaufgabe. Das ist die Hausaufgabe Nummer 2. Ja, diesmal brauchen wir auch mal auch was dazu, um jetzt mal diese Aufgabe zu lösen. Die können Sie jetzt mal genauso gut im Sitzen machen, wie auch im Liegen auf dem Bett. Das können Sie selbst entscheiden. Oder auf der Couch. Wir brauchen dazu jetzt mal entweder ein Kissen oder eine Rolle oder jetzt mal eine Wolldecke. Nimm du uns jetzt mal das mal in die Hände. Also, ich habe hier eine Rolle, das kann man vielleicht mal auch im Bett haben oder ein Bettkissen oder jetzt mal eine Wolldecke. Die tun wir jetzt jetzt mal zwischen die Knie. Genau. Zwischen beide Knie. Genau. Und halten die Hände jetzt mal hier am Oberschenkel. Und wie gesagt, man kann das im Sitzen machen genauso gut in der Rückenlage auf dem Bett. Und wir versuchen jetzt mal, mit den Knien die Rolle, die Decke oder das Kissen zusammenzudrücken. Genau. Und dann drücken wir ganz fest zusammen. Ganz fest. Und zählen laut jeder für sich bis 20. Ich fange an. Und wir zählen zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und halten die Spannung. Sechs, sieben, also die Spannung halten. Neun, immer noch halten. Zehn, elf, zwölf, dreizehn. Noch halten, das ist nicht schwer. Vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Noch vier. Achtzehn, neunzehn, zwanzig. Genau. Und dann die Spannung lösen. Jetzt haben sie bestimmt gespürt, jetzt mal in der Innenseite, aber nicht nur die Oberschenkel waren wichtig. Wir haben auch mal die Spannung in der Beckenbodenmuskulatur gespürt. Vielleicht nicht so deutlich, aber das ist so. Und das ist ganz wichtig für alle, für uns, weil die Kontinenz ist ein großes Thema und wollen wir alle Kontinen bleiben. Von daher, mit so einer kleinen Einheit haben wir schon wieder viel getan. Deswegen noch einmal wiederholen, dass wir alles jetzt mal das im Kopf behalten. Und das bitte auch mal, einmal am Tag oder mehrmals am Tag, aber einmal am Tag bitte immer, entweder morgens oder abends vor dem Schlafen gehen, das zu wiederholen. Und noch einmal, Beine wieder, Knie zusammendrücken und wir zählen wieder. Warum zählen? Weil wir auch atmen dabei, sonst hält man die Luft an. Und los. Eins, zwei, drei, vier. Spannung halten, immer weiter. Sechs, sieben, ruhig atmen, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Noch halten, halten, es wird schwerer. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Und die Spannung wieder lösen. Und das sollten sie bitte mal, dreimal wiederholen. Zwei bis dreimal. Zwei ist auch okay, aber wenn sie es schaffen, sogar dreimal. Und bitte nicht vergessen, immer zu zählen, damit sie auch weiter atmen, dass sie nicht die Luft anhalten. Ja, dann bedanke ich mich für heute. Will ich ja viel Spaß damit. Hoffe, dass es auch Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.